Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Simon Tirodde und Raffal Giekewitsch, eine Story, die natürlich gestern nach dem Abpfiff schon extrem aufgefallen ist und die natürlich auch dann nochmal nach dem Spiel auch Thema war. Denn Giekewitsch war ja am Ende auch durchaus die Zielscheibe von unserer Wut vieler Fans, denn er war ja schon beim Auswärtssieg des FCA in Bremen, er hat wirklich negativ aufgefallen, weil er dort gegnerische Fans provoziert habe und nun hat er eben auch durch sein aufreizendes Zeitspiel und auch seine Geste den Unmut der Fans auf sich gezogen und wurde ja auch bei jedem Ballkontakt durchaus ausgefiffen. Unmittelbar nach dem Abpfiff dreht sie ja Giekewitsch dann Richtung unserer Nordkurve um und spaziert dann relativ langsam in sein Tor, um die Getränkeflasche wie auch sein Handtuch aus dem Netz zu holen und diese Szene sorgt ja dann auch für Unruhe bei Simon Terodde, der eben auch das Gefühl hatte, dass Giekewitsch damit uns SL4-Fans provozierte und sprintete ja auch wild auf ihn los. Hinterher erklärte unsere Nummer 9 das folgendermaßen. Ich bin ein emotionaler Spieler, vielleicht habe ich teilweise auch überreagiert. Das ganze Stadion stand, die Nordkurve stand hinter uns. Wenn du dann verlierst, tut das extrem weh. Es war ein emotionales Spiel. Augsburg macht es gut, sie setzten ihre Mittel ein. Wenn du 2 zu 3 verlierst, gehören Emotionen auch dazu. Und einer, der auch relativ zügig zum Schlichten auf den Rasen lief, war ja unser Sportdirektor Ruben Schröder. Er erklärte das nochmal ein bisschen deutlicher, warum Giekewitsch hier zur Zielscheibe wurde. Wenn der gegnerische Torwart vor unserer Kurve steht, dann ist das nicht normal. Der normale Ablauf ist, Handtuch nehmen, Flasche nehmen und direkt zu den eigenen Fans. Mein Wunsch war es, schnell die Gruppe zu trennen, sagte Schröder auf Nachfrage der Watz. Und auch von Augsburger Seite kam eben auch die Aussage, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn Giekewitsch einfach ein bisschen zügiger von dem Tor weggegangen wäre. Zudem musste er dann auch noch mit Regenschirm vor Wurfgeschossen beschützt werden. Er bekam davon keine ab. Dafür war Augsburger Manager Stefan Reuter, der aber auch meinte, da kein Fass aufmachen zu wollen. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.